Da kommt er ja auch schon, der berühmtige Rehbock. Ein kurzes Treiben der beiden und schon verschwinden sie im nahen Ernenbruch. Dies ist ein starker Jährlingsbock. Er ist noch gutgläubig und fällt auf den Blattruf des Jägers herein. Dies ist ein alter, starker, reifer Rehbock. Er nutzt die Deckung des Rockenfeldes. Der Rehbock ist während der Blattzeit unterwegs auf der Suche nach brummftigen Ricken und Schmalrehen. In fast abgereiften Weizen geht es auf die Ansitzleiter. Sonnenuntergang. Die ansitzenden Jäger genießen den Abend mit allen Singen. Auf der anderen Seite am Rand des Weizenfeldes, zwischen der Frucht und dem Knick, wechselt ein ganz starker Bock. Dieser alte Kämpfer lässt sich nicht durch die Liebestöne des Jägers verführen. Liebeswerben des Rehbockes um die Gunst der Ricke beginnt. Wie zu sehen ist, mit Erfolg. Wie zu sehen ist,. Untertitelung. BR 2018